Die Funktion Desktop-Gruppen bietet die Möglichkeit, ihre Produktivität zu erhöhen, indem laufende Anwendungen auf mehreren Desktops thematisch zusammengestellt werden. Wenn Sie über das Icon mit dem Mauszeiger fahren, erscheint eine Miniaturansicht Ihres Desktops und die Option, einen neuen Desktop hinzuzufügen. Klicken Sie jetzt einfach auf das Thumbnail Neuer Desktop. Dieser Desktop ist für Ihre privaten Interessen bestimmt. Benennen Sie es also privat. Den ersten Desktop können Sie zum Beispiel in Arbeit umbenennen. Klicken Sie nun auf das Icon Desktop-Gruppen mit der linken Maustaste, um die Übersicht aller auf dem Desktop arbeitlaufenden Anwendungen zu erhalten. Und ziehen Sie die gewünschten Anwendungen in den neu erstellen Desktop privat. Wenn Sie nun den neuen Desktop mit der linken Maustaste anklicken, wird er geöffnet. Klicken Sie einen Desktop mit der rechten Maustaste an. Öffnet sich ein Menü, über das Sie einen Desktop umbenennen oder in der Übersicht nach links verschieben können. Sie haben hier auch die Möglichkeit, den Hintergrundbild zu ändern oder den Desktop zu schließen. Zum Schließen eines Desktops dient auch das oben rechts im Thumbnail platzierte Kreuz. Um mit laufenden Anwendungen auf einem Desktop effizient zu arbeiten, nutzen Sie die Undock-Hilfe. Mit dieser Funktion werden viele App-Fenster auf einem Bildschirm nebeneinander dargestellt. Zeigen Sie in dem Fenster, dass Sie Andocken wollen. Auf die Schaltfläche Minimieren oder Maximieren und wählen Sie das gewünschte Andock-Layout aus. Dieses Lernvideo wurde Ihnen präsentiert von Easy Training, Agentur für multimediale Lerninhalte seit 1999. Folgen Sie uns auf easytraining.de, YouTube oder Facebook.